Hallo allerseits und herzlich willkommen zu einem neuen Video, wo es heute mal um ein Gerücht gehen soll. Ja, Gerüchte sind ja immer so eine Sache. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, allzu viele Videos dazu zu machen. Einerseits, weil sich diese Gerüchte ja schnell wieder überholen. Zum anderen, naja, sie sind von durchwachsener Qualität und wir wissen ja manchmal wirklich nur die Hälfte. Und es kristallisiert sich im weiteren Prozess heraus, was denn da wirklich dahinter steckt. Ich erinnere nur an die Dynamic Island. Wie lange ist damals spekuliert worden, dass mit diesem Loch in der Frontscheibe des iPhones irgendwie da so eine ganz merkwürdige Öffnung entsteht oder so eine Doppelöffnung. Es war von Pille und Kreis die Rede. Und am Ende hat keiner gesehen, dass dahinter ein Konzept war, das dann den Bildschirm integrierte mit der Software, die Dynamic Island. Also ist das Paradebeispiel dafür, wie Gerüchte, wenn sie sich auf die Hardware festlegen, halt nur die halbe Wahrheit sehen. Heute habe ich aber was gelesen, wo ich einfach gedacht habe, unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht, was hat es denn damit eigentlich auf sich? Das Thema lautet Vapor Chamber. Klingt irgendwie nach E-Zigarette. Ja, keine Sorge. Ihr könnt mit eurem iPhone künftig jetzt nicht rauchen, sondern das ist eine neue Technologie. Also so neu ist sie gar nicht. In der Android-Welt gibt es sie schon. Aber für das iPhone ist es eine neue Technologie, mit der das System oder insbesondere der Chip gekühlt werden kann. Warum ist das wichtig? Nun, wir haben ja beim iPhone 15 Pro und Pro Max damals gesehen, dass Apple ja Überhitzungsprobleme hatte, weil die Chips immer leistungsfähiger werden. Und so sehr der Apple Silicon bzw. die Apple eigenen Chips ja auch das Thema Energie und Wärmeeffizienz beherzigen, so sehr können sie dann doch nicht physikalischen Begebenheiten entfliehen, dass ein immer höheres Maß an Leistung eben auch zur Wärmeentwicklung führt. Und bislang ist es bei den iPhones so, dass sie das Ganze passiv abführen. Das machen sie mit Grafit oder anderen Metallen, die halt die Wärme vom Prozessor wegleiten, auf das restliche Gehäuse übertragen und dann wird es halt alles nur so mild warm im besten Falle und wird dann an die Umwelt dann abgeführt. Das ist der Effekt, den ihr kennt, wenn zum Beispiel eine App sehr rechenintensiv ist und euer iPhone wird immer heißer. Bei mir ist das der Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel Fotografie mache und dann die interne Nachbearbeitung des iPhones läuft, die ja zum Beispiel die HDR-Fotos dann noch nachschärft, also zum Beispiel zusammensetzt und sonstige Prozesse macht. Das merkt man dann halt, dass das iPhone ziemlich heiß wird. Nun ist es allerdings so, dass mit dem Voranschreiten der Technik Apple eben auch nach Methoden sucht augenscheinlich, um das zu verbessern. Und hier kommt jetzt die Vapor Chamber ins Gespräch. Dampfkammer. Ja, was hat es mit dieser Dampfkammer auf sich? Ist das nur heißer Dampf? Nein, da geht es darum, dass dort eine Kühlflüssigkeit in einer Art Kühlkörper drin ist, der eben durch die Hitze, die entsteht, verdampft. Und dieser Dampf dehnt sich dann innerhalb dieses Hohlraums dann aus und geht dann unter anderem an die Ränder, an die Ränder auch des Gehäuses. Und dort kondensiert der Dampf, was dann zur Folge hat, dass die Wärme dann, ja wie bei so einer Luftkühlung, nach außen abgegeben wird. Dieses Verfahren würde das iPhone, was das Thema Wärme angeht, deutlich zukunftstauglicher machen. Vermutlich ist es etwas aufwendiger zu produzieren oder teurer in der Herstellung. Sonst hätte Apple das ja sehr längst gemacht, aber bislang haben sie es nicht getan. Das soll sich nun ändern, lesen wir. Und zwar in der iPhone 17 Reihe. Ich glaube, angesichts der Quellenlage mittlerweile haben drei Leaker sich darauf verständigt, dass es so sein soll. Können wir davon ausgehen, dass wir irgendwas in Richtung Vapor Chamber sehen werden? Die Frage ist nur, bei wie vielen Modellen? Mein heißer Kandidat ist ja dieses sogenannte R-Modell, was ja kommen soll. Das ganz dünne iPhone. Denn das hat ja weniger Gehäuse und wird sich dann der Herausforderung stellen müssen, die Wärme, die es entwickelt, je nachdem wie leistungsfähig der Prozessor ist, trotzdem abzugeben. Und da könnte diese Kammer und dieser Dampf davon zur Hilfe nützlich sein. Bei Ming-Chi Kuo, dem Analysten aus Taiwan, der hat schon 2023 vorher gesagt, dass das iPhone 17 Pro Max, das Top-Modell, diese Vapor Chamber einführen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das aber damals so in Anlehnung an diese Pro-Probleme beim iPhone 15, das war genau die Zeit, eben so gemutmaßt wurde. Dass er vielleicht noch nicht gesehen hat, dass da eben ein R-Modell kommen könnte, das vielleicht das Nötige hat. Dann gab es aus China, da gab es auch Gerüchte, die gingen eben auch in die Richtung. Dort war die Rede davon, dass alle iPhone 17 Modelle diese Vapor Chamber bekommen. Das würde ich davon abhängig machen, wie jetzt dann das iPhone 17 Prozessormäßig beschaffen ist. Wir haben ja Prozessorunterschiede zwischen den Pro-Modellen und dem Hauptmodell. Oder hatten wir auch in der Vergangenheit. Und von dem Hintergrund kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht beim Basismodell gar nicht nötig ist, auf diese Vapor Chamber zu setzen. Ist natürlich alles davon abhängig, ob es wirklich teurer wird für Apple oder aufwendiger. Oder ob vielleicht die Vereinheitlichung dann der Weg ist. Schwer zu sagen. Naja, und dann ganz aktuell haben wir jetzt einen Leaker aus China, der behauptet, dass es bei den Pro-Modellen nur der Fall sein wird. Also wie Ming-Chi Kuo, nur hat das Standard-Pro-Modell auch noch eingeschlossen. Es gibt aber ja dieser Tage noch mehr, über das wir reden können, was jetzt gerade so an Gerüchten kommt. Und da ist mir jetzt noch aufgefallen, diese Geschichte mit iOS 19 und dem angeblichen Redesign, was da auf uns zukommt, neues Aussehen. Es ist ja sehr lange her, dass Apple sein Design von iOS grundlegend verändert hat. Sie haben ja eher in den letzten Jahren den Weg beschritten, dass sie immer schrittweise Änderungen gemacht haben, die, wenn man sie mal über drei oder vier Jahre betrachtet, doch eine größere Veränderung sind. Also nehmen wir nur mal den veränderten Lockscreen. Nehmen wir die Möglichkeit, Widgets auf dem Springboard, auf dem Homescreen zu hinterlegen. Also wenn man all das mal subsummiert über drei, vier Generationen von iOS, hat sich das Betriebssystem im Design ja schon weiterentwickelt. Allerdings nie mehr so radikal, wie wir das damals bei iOS 7 gesehen haben, was ja dieses Flat-Design eingeführt hat, weg von diesem ursprünglichen iPhone-Design. Ist es jetzt an der Zeit, dass das Design grundlegend überarbeitet wird? Hm, schwierig. Für mich ist die Frage, welchen Nutzen soll es tatsächlich bringen? Und die damalige Änderung, die drängte sich mehr auf. Jetzt ist die Rede davon, dass diese Benutzeroberfläche der Vision Pro, ihr erinnert euch vielleicht, es gab doch mal dieses Gerät, dass die die Inspirationsquelle sein soll. Und das ist eine Vermutung, die hatte ich seinerzeit schon bei der Vorstellung der Vision Pro und von Vision OS, bis als ich das erste Mal dieses Headset auf dem Kopf hatte, dass ich dachte, hm, merkwürdig, dass Apple da ein ganz neues Design gewählt hat, wo die Icons rund sind, wo die Fenster transparenter sind, dass sie das so völlig herausbrechen aus dem restlichen Design, was sie ja harmonisiert haben zwischen dem Mac, zwischen iPad und iPhone. Das könnte aber damals eben ein Vorgriff gewesen sein. Und jetzt haben wir mit Vision OS 3 einen Punkt erreicht, wo ja angeblich auch das Betriebssystem für die Vision Pro nochmal grundlegend verbessert werden soll. Auch das halte ich sehr für sehr plausibel. Wir haben auch bei der Apple Watch damals gesehen, dass mit Watch OS 3 größere Veränderungen eingekehrt sind, Rückschlüsse aus diesen ersten Jahren, dass man dieses Betriebssystem auf Kurs gebracht hat. Und genau das könnte ich mir bei Vision OS auch vorstellen. Und dann wäre es ja eigentlich ein guter Zeitpunkt zu sagen, dass man iOS 19, iPadOS 19 und Mac OS 16 auf eine neue Designlinie harmonisiert. Die Frage ist natürlich nur, ob jetzt nicht Vision OS und die Vision Pro mittlerweile so negativ behaftet ist, dass es dem ein komischer Beigeschmack beiwohnt. Ich bin jetzt persönlich auch gar nicht so glücklich mit runden App-Symbolen. Das erinnert mich sehr an die Android-Welt. Aber wir sehen ja immer wieder, dass diese Design-Einflüsse von iOS zu Android und von Android zu iOS ja hin und her gehen, wie ein Ping-Pong-Spiel. Wir lesen auch von vereinfachten Fenstern und von durchscheinenden Navigationsleisten und tiefen Effekten. Ja, all das ist dann doch, finde ich, vorstellbar auch in der Fortsetzung des Flat-Designs, was man mit iOS 7 begonnen hat. Und eine Neugestaltung ist auch immer mit einem Marketing-Effekt behaftet. Und dann sagen natürlich schon erste, ja, dieses Siri-Desaster, diese Verspätung der LLM, der KI, das könnte Apple ja auch bewogen haben zu sagen, sie müssen jetzt mal positive Akzente setzen. Sie müssen von diesem Thema ablenken. Insofern wäre ja auch ein geeigneter Zeitpunkt, das Design dann da an der Stelle zu verändern. Bin sehr gespannt. Bin wirklich sehr gespannt, ob wir das sehen werden. Das Ganze geht auf einen Bloomberg-Bericht zurück, wobei wir diese Vision-OS-inspiriert, iOS-Gerüchte ja schon vor Jahren oder vor Monaten gesehen haben. Es ist nicht so eine wirklich neue Idee, die jetzt aber halt doch wieder aufgewärmt wurde. Und wir haben in letzter Zeit gesehen, dass Mark Gurman von Bloomberg einen recht guten Schnitt hat, was die Vorhersage von neuen Geräten und Apple-Events angeht. Falls ihr euch fragt, wo denn jetzt eigentlich das Review-Round-Up geblieben ist vom MacBook Air M4 und vom MacStudio, ich muss gestehen, ich hatte in den letzten Tagen sehr viel zu tun und bin jetzt nicht dazu gekommen, das fertigzustellen. Mittlerweile stelle ich mir die Frage, interessiert es euch denn überhaupt? Denn ich habe festgestellt, beim MacBook Air M4 und beim MacStudio so viele unterschiedliche Meinungen gab es gar nicht dazu. Das MacBook Air ist relativ gut bewertet worden, lag so beim Apfelfunk-Score irgendwo bei 8 von 10 Punkten und der MacStudio, der ist auch relativ hoch eingestuft worden, wobei der natürlich sehr speziell auch ist von dem Bedürfnis her. Ich habe das alles leider nicht testen können, deshalb kann ich euch jetzt kein eigenes Review dazu bieten. Finde ich gerade beim MacStudio sehr schade. Das ist ein nischiges Gerät, gar keine Frage, aber es hätte mich doch sehr interessiert, wie leistungsfähig sich der Ultra-Chip, der neue M3 Ultra, jetzt präsentiert und vielleicht auch im Vergleich zum M4 Max, also ob es sich lohnt, in den Ultra zu investieren. Klar, es gibt da jetzt die ersten Reviews und Beiträge dazu, aber ich habe da noch so ein paar Use Cases und Ideen, was ich testen wollen würde, die eben durch das, was ich bislang gesehen habe, nicht abgedeckt sind. Naja, egal, schwamm drüber. Wir denken an die Zukunft und wir hoffen Gutes. Schreibt doch mal drunter hier bei den Kommentaren, was ihr über dieses Redesign bei iOS 19 denkt, über dieses Gerüchtete und ja, was denkt ihr auch über diese Vapor-Chamber-Geschichte? Habt ihr noch Wärmeprobleme mit euren iPhones? Haltet ihr das für notwendig? Seht ihr irgendwelche Risiken? Dann schreibt es gerne drunter und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt gerne ein Like, ansonsten ein Abo, um kein Video hier zu verpassen. Ja, und schreibt doch mal, ob euch das interessiert, ob wir mehr über Gerüchte sprechen, sondern gar nicht mal jetzt so, ob das wahr ist oder nicht, das können wir ja gar nicht beurteilen, aber inwieweit so Hintergründe manchmal eben auch da sind. Was ist denn das überhaupt, was da gesagt wird? Also wäre ja vielleicht auch nochmal ein Thema für die Zukunft. Wobei Ideen gibt es hier genug. Ich habe noch genug in der Pipeline alleine. Die Zeit fehlt momentan ein wenig. Drum machen wir hier einen Punkt. Danke für euer Zusehen. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.